50 Kilo ran, für den TV-Wahrheim Nina Heller, für den Kartoffel bitte Emily Kramarczyk. Schieb raus, schieb raus, schieb raus, du bist fast raus. Sehr gut. Vorsicht. Kommt vorwärts, wir kommen. Ja, auch dieser Kampf wird vorzeitig beendet. Schulter-Singerin Nina Heller vom TV-Wahrheim. Aber das muss man noch mal relativieren. Nina war mehrfache Medaillen-Gewinner bei Welt und Europa. Wir kommen. Wir kommen. Wir kommen. Wir kommen. Wir kommen. Wir kommen. Wir kommen.